Hey, yo Leute was geht? Challenge Wound 30 ist wieder heute am Start und ich wollte ein kleines Video machen von, ja, einfach mal ein kleines GTA Video mit meinem Charakter von der PS3 noch, bevor ich auf der PS4 umsteige. Und ja, ich bin gleich am verrecken, deswegen würde ich sagen, ich packe die lieber weg. Und ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir einfach mal gleich an. So, nach dem Cut. Bis gleich. So, nach dem Cut. So, nach dem Cut. So, nach dem Cut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020